hallo willkommen zurück eine woche ist rum vom letzten mal wo ich euch von der challenge erzählt habe und in der woche selber bin ich jetzt seit dem letzten video bin ich wenn ich die strecke heute noch zu ende fahr 160 kilometer gefahren das heißt 16 euro kann ich in meine kasse wieder tun und ich bin normal ich sag mal mindestens 1000 höhenmeter gefahren das heißt noch mal zwei euro dazu das heißt 18 euro habe ich und das heißt letztes mal war bei 63 euro plus 18 71 81 euro was ich jetzt meine kasse habe gekauft habe ich tatsächlich noch nichts in dieser woche aber es hat sich selber von selbst entschieden was ich holen muss und zwar mein rennrad hat leider platten deswegen konnte ich die woche auch nur mit mountainbike fahren bei meinem rennrad habe ich dubeless reifen das heißt ich brauche milch und auch solche kleinen tubes zum reintun überhaupt werkzeug ich habe wie schon gesagt nichts dazu das heißt die entscheidung dass ich werkzeug brauche ist ganz klar getroffen da muss ich jetzt einfach die woche schauen was ich da mir hol eine kleine tasche und multifunktions werkzeug bloß eben die sachen für das mountainbike aber auch für das rennrad dass ich eigentlich mit einer tasche und dem werkzeug da erstmal gut hinkommen weil wenn das jetzt noch ausfällt habe ich gar nichts mehr zum zum fahren und auch zum geld verdienen und das zweite ist was ich auch letztens schon gesagt habe dringend eine sonnenbrille oder eine radbrille weil jetzt nehme ich manchmal die hier aber die ist echt blöd weil diese im wald viel zu dunkel und da ich fast nur mountainbike war ist es meistens wald und ohne brille zu fahren kriege ich ständig was ins auge das war die woche auch echt schlimm weil oftmals hatte ich sie auch nicht mit und dann reibe ich mir in augen rum und also ich brauche auf jeden fall eine radbrille ich brauche auf jeden fall werkzeug muss sofort erstmal mein rennrad reparieren und braucht dafür auch eine schöne tasche wie schon gesagt keine ahnung was man da am besten nimmt viele nehmen ja auch solche hartschalen als ja als transporten box sozusagen dann gibt es auch noch die normalen taschen die weichen taschen wo das werkzeug drin ist ich kenne mich auch ehrlich gesagt mit tubeless reifen überhaupt noch nicht gut aus mit den kleinen tubes immer da in den größeren löchern reinstecken muss und der milch noch mal dazu das wird wie schon gesagt muss ich mich echt ein bisschen beschäftigen gehe aber fest davon aus dass ich mir diese woche was bestellt oder mal einen radladen gehe je nachdem wie viel zeit ich habe und mir dort was holen und ja hoffen natürlich dass die das geld reicht für das werkzeug davon gehe ich jetzt erstmal aus aber ob es dann noch von der radbrille reicht das glaube ich nicht das heißt ich muss wahrscheinlich jetzt die woche auch noch damit weiterfahren und kann mir dann erst eine woche später halt noch eine radbrille dazu holen genau ansonsten seht ihr das ja gerade ich bin echt total verschwitzt ich versuche höhenmeter zu fahren und wir haben hier rund um chemnitz echt viele höhenmeter wenn man richtung erzgebirge fährt um einfach mehr geld zu verdienen und mir cooles equipment zu wollen weiterhin habe ich noch festgestellt ich habe ja nur eine einzige flasche und gerade jetzt wenn es so heiß ist merke ich dass immer die flasche ist echt zu klein ich brauche eine größere flasche oder noch einen zweiten flaschenhalter das heißt es wird auf jeden fall als nächstes auch noch sehr wichtig sein damit ich dann auch die großen runden noch rum kommen ja ansonsten ja ohne radhose nervt ein bisschen tut auch weh ein ordentliches radtrikot wäre auch mal sehr schön ja das sind halt alles dinge die ich mir noch holen muss ich will sowieso nächstes mal ich hoffe dass ich nächstes mal schon hinbekommen meine komplette liste euch mal auflisten was ich alles noch holen muss und vielleicht könnt ihr mir da helfen was ist da gut was ist zu empfehlen auf jeden fall diese woche werkzeug und ja mal schauen wie es weitergeht dann sozusagen genau das heißt ihr könnt mir wenn ihr mir nicht glaubt dass ich so viele kilometer fahren der woche dann schaut doch einfach bei strava da könnt ihr mir auch folgen wird dann oben eingeblendet oder am ende und da könnt ihr mir immer folgen und auch schauen dass es auch stimmt mit den kilometern dieses jahr und den höhenmetern dass ich kein quatsch erzähle genau aber so weit erst mal von von meiner seite für diese woche wie gesagt nächste woche hoffentlich mit werkzeugtasche und glaube ich auf wasser nicht mit einer neuen brille so viel wäre ich heute aber auch nicht mehr erfahren dass ich mir das leisten kann aber vielleicht nächste woche genau und nächste woche habe ich auch noch auf jeden fall mal wieder meine 100 kilometer wieder mit dazu zu packen und noch mal 1000 höhenmeter aber so weit erst mal wenn es euch gefällt und wenn ihr das spannend findet folgt mir bitte meinen kanal abonniert den und lappst einen daumen nach oben da teilt das video und ansonsten bis nächste woche ciao